Meghans beste Freunde Oprah und Tyler Perry ignorieren Megan Mahler in ihrer Show Keine Megan und Prinz Harry auf dem roten Teppich gestern Abend im Academy Museum in Beverly Hills, Los Angeles, die Coverstars der November- und Dezember-Ausgabe, die Besetzung von The Kyler Purple, nahmen an der Weltpremiere des Films teil. Dieser Moment auf dem roten Teppich war bewegend, weil diese mächtigen Frauen sich gegenseitig öffentlich ermutigten. Oprah Winfrey, die diesmal als Produzentin fungiert, gehörte am Donnerstagabend zu den Promis auf dem roten Teppich im Academy Museum. Zu ihr gesellten sich viele Mitglieder der Star-Besetzung des Films, darunter Darai P. Hensen, Herr Bailey, Corey Hawkins, David Allen Greer, Coleman Domingo, Herr Carrara und Stian Kohl. Oprah zeigte eine sehr schlanke Figur, als sie bei der Premiere der Neuverfilmung von The Kyler Purple den roten Teppich betrat. Für den großen Abend begeisterte Oprah in einem vollbussigen lila Kleid, das den Blick auf ihre schmale Talie lenkte. Oprah spielte die berühmte Hauptrolle in der Originalverfilmung von Die Farbe Lila unter der Regie von Steven Spielberg. Für ihre Leistung bei der Zeremonie 1986 erhielt sie sogar eine Oscar-Nominierung. Das Remake wird von Blitz-Basavur inszeniert und spielt unter anderem Daniel Brooks, Herr Bailey, Theresia Behensen und Fantasia Burino. Die Farbe Lila kommt am Weihnachtstag in die Kinos. Nachdem sie während der Veranstaltung Solo-Aufnahmen gemacht hatte, wollte Oprah unbedingt mit Regisseur Steven Spielberg und ihrem Kumpel Tyler Perry in Kontakt treten. Ihre gemeinsame beste Freundin Megan Mahle war nicht zur Premiere eingeladen. Während Oprah zusammen mit Tyler Perry und einer Menge schwarzer Prominente da ist, gibt es keine Megan. Vielleicht sollte jemand den Parkplatz überprüfen. Megan geht wahrscheinlich auf und ab und hofft, dass ein Bereich sie stört. Oprah ist nervig, aber sie ist nicht dumm. Sie möchte nicht, dass das giftige Hakel-Drama ihrer Veranstaltung das Rampenlicht stiehlt. Sie weiß, dass die Boulevardzeitungen nur mit Artikeln über Megan überschwemmt werden und lächelt auf dem roten Teppich nach dem schmuddeligen Rollstreit und so weiter. Sie würde die gleiche Behandlung erhalten, die Gloria Stein am Anfang des Jahres erhielt, als sie, die anderen Preisträger und ihre Preisverleihung selbst wegen der Herzogin von Herz und der katastrophalen Verfolgungsjagd ignoriert wurden. Weiß Megan außerdem etwas über den Film Die Farbe Lila? In diesem Film geht es um farbige Frauen und ihre Kämpfe. Eine selbsthassendige, mischthassige Frau dort zu haben, die lügt und behauptet, dass jemand diskriminiert wird, sieht nicht gut aus. Wenn man bedenkt, dass Meg WMA hat und in Tyler Perry einen Verbündeten hat, wie kommt es dann, dass er sie nie gecastet oder als Produzentin für eines seiner Projekte engagiert hat? Wie kommt es, dass Oprah nie öffentlich zur Archie's Netflix SP oder Endgame Stellung genommen hat? Die Fragen, die aufgeworfen wurden, als WMA-Gerüchten zufolge plant, Megan fallen zu lassen, da sie nach der Veröffentlichung von Endgame zu heiß ist, um damit fertig zu werden. Der Hollywood-Trilunge von Megan Markle verläuft nicht nach Plan und ist möglicherweise bereits gescheitert, weil der durch Ormetskos neues Buch ausgelöste Roller es zu heiß machen könnte, sagten Experten heute gegenüber Mail Online. Leider hat das von Skopi geschriebene Buch ein Feuer entfacht, von dem viele dachten, es würde erlöschen. Das Problem für einen großen Hollywood-Agenten besteht darin, dass es ihm schwerfallen wird, sich in der Karriere von Megan zurechtzufinden, weil er befürchtet, dass mit der Zeit mehr herauskommt und dass ihr Ruf durch drohende Gerichtsverfahren gegen ihre Schwester und möglicherweise ihren Vater geschädigt wird und könnte möglicherweise den Ruf ihrer Agentur schädigen.